...ja, Know-how hat oder was man hat, um zu arbeiten. Ja, genau, das hat man ja auch schon jetzt. Die Hausarbeiten stehen auf der Wahl, die sind groß und weiß aber theoretisch wie es geht, wenn man seine Doktorarbeit schreibt. Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020